Was geht ab Leute, Sensei Flach hier wieder am Start mit einer neuen Folge von South Park The Stick of Truth Es gibt hier irgendwie Vorteile, die wir uns hier noch erholen können, ja Oder weil da stand dann nämlich Aufwertung verfügbar Egal, wir gehen hier jetzt erstmal weiter Kämpfchen gefälligst Diese Lands hold many dangers, new kid Yeah, you moved to the wrong realm Nice hair, douchebag You want some of this? Ow Ow Ja, das geht jetzt, buddy Huh, das geht I better wait a turn before I do any more healing Hammer, der Spürmer Oh shit, ich blute Untersuchen Bluten 2, wie mehr schädigt die Oh shit, ich blute Okay, Wattas Dann nimm du mal eben Einen deiner Gesundheitsbränke Okay, Wattas Blutet Abziehen, betäufend Okay, das hier wird hier doch schwieriger als sonst was Aber zuerst jetzt erstmal hier Ein Gesundheitsrank für Wattas BAM Okay Okay Wir machen noch einmal Meucheln auf ihn hier Und haben dann den zweiten Down Gesundheitstank klein Von mir für Butters Und kaboom Oh, wir bluten Wir nehmen uns Einen Stärketank Äh Unseren Heiltank Kloppen da jetzt einfach nur drauf Und das war's doch mit diesem Kampf Auch wenn's da etwas Schwieriger aussah Nehmen wir mal Alles mit hier Ach ja Guck mal, hab ich den hier hinten Nein, natürlich nicht Ähm Plus 55 Cent Das läuft schon mal gut Dann holen wir uns den hier auch noch Man, I could be watching TV right now Wattas macht seine Fähigkeit Den Hammer der Stürme Und Booyah Wattas bekommt's immer auf die Schnauze Und erschossen Wattas, du nimmst hier dann mal Einen Machtdrank Und das reicht auch schon so Und ich beende es jetzt Ich bin halt ein guter Sniper Mal gucken, ob die schon Hier mit uns befreundet sein möchte Sorry, but we can be friends until you have more friends Jimmys Garage Abgeschlossen Kam nix raus Hier haben wir leider noch nix Dann, warte mal, wir holen mal hier die Mülltonne Kam nix raus Einen Trank Wasserballon Mönch Tonsur Verrücktes Action Rad, Rad Nehmen wir doch mal alles Oh I'm actually faster at Facebook messaging than I am at speaking Here, this will just go a lot faster if I friend you Kornkorken Kornkorken Aber erst ab Level 4 Wir haben jetzt Vorteile zum ersten Mal verfügbar Wir haben Pete Kelly Gardner Okay, gucken wir mal Vorteile Wir haben einen Vorteil Verfügbar Schütze meine Eier Du nimmst weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist Trauernder Perfektioniere die Kunst des Verhöhnens Nein Deine Angriffe mit Distanzwachen Yo Gut, den Timmy Express werden wir dann ja so machen In loving of In loving memory Of Ben Tja Hätte das nicht so sagen sollen Da können wir nicht rein Ich hätte mich nicht fragen sollen Wer zum Teufel ich bin Das geht nämlich sträflich für dich aus Na, hier gibt es leider nichts Gucken wir mal da rein Ja komm Wir gehen jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum Und klappern hier noch so ein bisschen ab Hier gibt es leider nichts Das hier müsste das Haus der Marsch sein, oder? Okay, was? Ja, das ist das Haus der Marsch Nö, ist es nicht Wir haben mal Geld Okay Nicht schlecht, Herr Specht Wir werden gucken auf jeden Fall, dass wir hier Sämtliche Sämtliche Sachen bekommen Keramikscherbe Ja, das ist das Haus der Marsch bei der quest vulkania in der Nähe Usbistik Mikrochip Klingonenbad ok bei der quest wir müssen das ipad in der Nähe der Kirche suchen werden wir machen aber nachdem wir hier erstmal deren Eltern hier das Zimmer ah da kommen wir nicht rein 6 0 die Papierrolle nehmen wir doch natürlich mit ne Geld ist immer gut ok hier können wir also nichts weiter machen dann gehen wir hier wieder raus und gehen dann mal weiter die Kacke die gepinkelt hat das Buch von Kartenin einfach nur herrlich einfach nur herrlich meine lieben Freunde das kann ich euch sagen Wasserballon Heiltrank verrücktes Action Rad das können wir später alles verkaufen aber Leute das sollte jetzt von diesem Part gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen dass du bitte eine positive Bewertung da wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von South Park the Stick of Truth ich bin raus euer Flachy machts gut und Cheerio bis zu einem